Wetter. Und ich begrüßte ihr Erwachen weniger mit Ironie als mit Bewunderung. Für eine Jungfrau machst du das ausgezeichnet. Kee, erwiderte sie mit einem zärtlichen Blick. Naives Kind, heilige Unschuld. Weißt du jetzt, dass ich ein solides Spundloch habe? Wie ein Rhinozeros. Das liegt bei uns in der Familie. Was? Ja, ich sage, du siehst, so geben wir den Hintern. Was wissen Sie davon? Ich konnte nicht viele Worte machen. Die kleine Morissette hatte mich hitziger zurückgelassen, als sie bei ihrem Kommen mich angetroffen hatte. Im Übrigen drücke ich bei Frauen lieber meine Gedanken pantomimisch aus, als mit meinem Unterhaltungstalent zu glänzen. Teresa konnte nichts mehr von all dem sagen, was sie sich vorgenommen hatte. In einer gefährlichen Situation muss man die Taktik wechseln. Das ist die einzige Möglichkeit, sich gut herauszuwinden. Warum habe ich nicht die Lasterhaftigkeit der kleinen Mädchen? Ich frage es mich oft. Sie sind widerwärtig unter sich, aber so zärtlich mit uns. Ich war geschmeichelt und verbarg es nicht. Ich war sehr geschmeichelt von dem Kompliment, das Lilly mir über mein Aussehen machte. Wenn man mit einer Frau zusammen ist, so sind alle Liebesworte verschleiert durch den Nebel der Ungewissheit, den unsere Klugheit vor unsere Leichtgläubigkeit aufrichtet. Einfach sie mir den Besuch von … Es klopfte. Es klopfte zweimal. Ich ging öffnen. Eine sanfte und leise Stimme sagte, ich glaube, jetzt bin ich an der Reihe. Ich wich zurück. Theresa hatte mir gesagt, Charlotte sei die hübscheste ihrer Töchter, aber so viel Schönheit hatte ich nicht erwartet. Und ich platzte heraus. Donnerwetter sind sie aber schön. Wollen sie wohl still sein, meinte sie traurig. Wie wird ebenso werden? Und glaubst du, es gibt Tage, wo eine junge Hure von sieben oder acht Männern in den Popo gefickt wird, ohne dass einer dabei ist, der sie erregt? Und wenn sich doch einer finden sollte, außer Rand und Band, gerät sie dabei ganz bestimmt nicht. Also alle Tage, als ich noch ganz klein war, alle Tage wenigstens zweimal, onanierte Mama auf dem Bett. Und jedes Mal in der gleichen Weise. Ein Herr ist eben fortgegangen. Rissette ist die einzige von uns dreien, die in einem Pensionat für junge Mädchen erzogen worden ist, mit den kleinen Mädchen aus guten Familien, die am Abend ein Gebet sprechen, bevor sie sich die Kätzchen lecken. Ich ging in die Schule meines Stadtviertels und ich war eines von den Musterkindern. Du wirst wohl erraten, warum. Einige Mädchen gingen nach Schulschluss auf den Strich oder trieben Schweinereien mit der Tochter der Milchhändlerin, die gerne ihre Haare allenher zeigte, die ihre Zunge in ihren Popo steckten. Manche spielten auch mit den Knaben so sehr, als ob sie mein Blut ausgesaugt hätte. Und dann hatte ich alle Arten von schwulen Weibern. Eine junge Engländerin, die sich entkleidete und die onanierte, während sie mir Küsse auf meine Spalte gab. Eine dicke Frau, die sich auf dem Rücken lecken und sich den ersten Genuss nicht merken ließ, um für denselben Preis zweimal Lust genießen zu können. Eine Straßenhure von 14 Jahren, die noch nicht zu spritzen verstand und deren Freund uns, Mama und mich, eine Stunde lang arbeiten ließ. Und liebe ich dich. Mit diesen Worten fiel sie wieder auf mich, den Mund an meiner Schulter und nahm wieder den klagenden Ton an. Ich flehe dich an. Du siehst, ich berühre mich nicht. Ich werde meine Lust haben. Aber solange er dir in meinem Hintern steht, sag mir. Sag mir, was du nun machen wirst, in meinem Munde. Ich flehe dich an. Sag es mir, wenn ich so weit bin. Sag zu mir, Schlampe. Ich werde dich. Francine machte ihre Nummern am Nachmittag. Mama vögelte nicht. Sie war ihre Hurenwirtin. Sie besorgte es sich im Arsch die ganze Nacht lang und ermunterte mich zu onanieren, um mein Kitzler zu entwickeln. Nach einem Monat solchen Lebens begann Mama mit ihrem Arsch zu arbeiten. Sie brachte es sogar dahin, gut zu lutschen. Und sie beauftragte Francine, mich zu dressieren. Ich war eben zehn Jahre alt geworden. Es war das richtige Alter, mir einen Schwanz in den Hintern zu stecken. Ganz auf. Zeig uns, wie du aufwachst, wenn du einen Mann siehst. Los. Eins, zwei, drei. Schläft man nicht mehr? Nein, Mama. Gut. Was muss ein kleines Mädchen machen, wenn es im Hemd vor einem Herren steht? Als ob man sie an einen Grundsatz der kindlichen und schicklichen Höflichkeit erinnerte, hob Lilly mit einem komischen Lächeln ihr Hemd bis zum Gürtel und öffnete die Beine ein wenig. Dann sprang sie mir an den Hals und sagte, dass unser Gewissen höchst empfindlich ist für die Schwankungen unserer zärtlichen Gefühle. Was würde sie mir sagen? In Eile überlegte ich mir ein paar Antworten auf die Vorwürfe, die ich hören würde, aber wenn ich auch auf einiges gefasst war, so sicherlich nicht auf das, was Reset vorhatte. Du wirst mich entjungfern, sagte sie mit leiser Stimme. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Und da mein Gesicht gegen meinen Willen mehr Bestürzung als Eifer zeigte, wartete Reset gar nicht auf die Antwort. Die sie zu verkaufen hoffte, schuldet er dem Mädchen einen recht schönen Ring, ein gleichwertiges Geschenk auch der Mutter und Gott seine Danksagung. Wenn das junge Mädchen zwei Schwestern hat, ist es noch lustiger, aber auch teurer. Ein solcher Art verdreifachter Glücksfall ruiniert in sechs Wochen einen Studenten. Aber so sehr manche angeplünderten jungen Leute das bittere Gefühl, betrogen zu werden scheuen, so sehr haben andere Vergnügen daran, sich ohne Wicht über ihre schlagfertige Antwort. Ich begann auch zu glauben, dass sie eines Tages die geistreichste von allen Vieren sein würde. Reset, Expansionärin, für die die Arithmetik keine Geheimnisse mehr enthielt, warf mit Zahlen um sich und durch die Magie der Zahlen brachte sie uns in die ernste Wirklichkeit zurück. Mama ist durchschnittlich dreimal täglich Arsch gefickt worden, das macht 1100 Mal im Jahr. Mein erster Gedanke war, dass man nie eine Intrige zwischen diesen drei Personen und einem jugendlichen Liebhaber anzetteln könnte oder dass dann die Komödie absurd würde. Oh, wie sehr ich wünschte, dass dies alles nicht wahr gewesen wäre und wie viel besser hätte ich die Theaterkostüme gewählt. Erraten Sie, was passierte? Weder die jungen Huren noch die jungen Mädchen, die weniger offene Huren sind, schrecken vor... ...nach Kacke, nach Hure, Senf, Eibisch, nach Schwanz, Katzendreck, Po des Pagnes. Kautschuk, Selbstbefriediger mit Stuhlzäpfchen, nach Dreck des Bidets, Lippenstift, Locustpapier, Vaseline, Stärke, Moschus, Bordellscheißhaus und nach Schweinereien, die ich nicht zu sagen wage. Die ich nicht zu sagen wage, wiederholte Reset. Danke, oh danke, komm her, dass ich dir eine runterhaue. Vergilt mir lieber, was ich dir eben gemacht habe, entgegnete Lilly frech und näherte sich ohne... ...das würde mich nicht wundern. Ich bin ihre Lehrerin. Sie machen nichts von dem, was ich ihnen aufgebe. Es genügt ihnen nicht mehr, mir nicht zu gehorchen. Muss ich mich jetzt auch noch ihren Launen fügen? Genau das. Und werden sie dann ihre Aufgabe, die sie gelernt haben, aufsagen? Ja. Und sie werden verstehen, dass ich zu gut bin und zu nachsichtig für solch ein unordentliches und ungebärdiges kleines Mädchen. Oh, halten Sie die Schnauze, Fräulein. Ich erinnerte mich an das spanische Sprichwort. Ayer putas, hoy comadres. Gestern Huren, heute gute Freundinnen. Dieses Sprichwort, auf Frauen gemünzt, galt für mich mehr als für irgendeine Gefatterin aus Giron oder aus Saragossa. Aber bei der sentimentalen Tollpatschigkeit meiner 20 Jahre begann meine Liebe zu diesen Huren erst eine Stunde nach ihrer Abreise. Es ist sehr, 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 sehr.